Ich glaube, dass Konzepte wie Verknüpfungsstellen zwischen den Disziplinen sind. Es ist wie ein Ort, wo man sich treffen kann, wo sich eine Historiker und Literaturwissenschaftler oder Religionswissenschaftler treffen kann. Und über eine gemeinsame Sprache verfügt. An diesen Orten merkt man auch, welche Themen in seinem eigenen Projekt fachspezifisch sind. Und wenn sie eine grössere Bedeutung haben oder auf einer grösseren Ebene verhandelt werden. Das schützt sich vor Fachidioten. So profitiere ich am meisten von dieser Angewirkung.